das ist ja der Grund in gewollt er hat mir vorgeschrieben wie ich das Ding zu benutzen habe du sollst den gegnerischen Spielern mal eine Chance geben ne mach ich aber das ist nicht fair so Roadkill das hab ich eher aufbeigestellt fürs Ding nicht schlecht André ich bin auch hier finde ich gut irgendwas ist hier über mir da den Messer ich den Messer ich den Messer ich gemessert ja jetzt hol ich mit den Echsen ich glaube die sind nicht gerade beeindruckt von meiner Aktion hier oh und schon den dritten gemessert alter jetzt hab ich aber einen Lauf hier ich hab die Flagge mal erobert in der Zeit das ist schön die Punkte hab ich verpasst fuck irgendwann könnt ihr mich mal repairen wenn er Langeweile hat wenn er Langeweile hat ach ich lauf lieber oh hier kommen doch wer runter geflogen ist ja hier kommen welche runter geflogen richtig warte was haben die sich achso haben sich schon in Luft aufgelöst war die haben sich schon in Luft aufgelöst ne ne ich hab mir gerade wollt nehm die jetzt den Punkt direkt wieder hinter mir ein ne war ein anderer Punkt äh André bist du da hinter mir achso ja gut du gehst zu Fuß wenn du meinst hm ich dachte ich nehm dich mit aber du gehst ja lieber zu Fuß ja ähm ich hab kein bock so wie du war mit nein alter wird ihn abgeschossen ich wollte hier gerade messen verdammt der angst alter hast du mir gerade den Kill geklaut nein ich bin mit dem Auto angekommen achso halt André hast du mir den Kill geklaut ich bin noch lange nicht da bei dir in der Nähe ich bin jetzt jetzt auf der Brücke Arne brauchst du Health ja muss ich noch sagen hier ist Health nein das gibt's nicht der springt hier runter mit seinem schäbigen Falsch hier Alter Wally ich spaw noch kurz bei dir ok WTF wie die im Buggy da rumstehen das gibt's nicht im Buggy ist klar nein 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 vom wo ach da vom Wasser vom Wasser vom vom Felsen da steht einer beim Felsen am Wasser wo dieses Health Pack ist auf der Map André da ist einer ach du bist auch tot André nein ich bin der Panzer achso aber du weißt wo ich mein ähm Leute wir haben fast alle Punkte verloren wieder ja deshalb bin ich gerade auf dem Weg zu E dann join ich mal bei dir Arne ach da bist du Schütze ach da bist du Schütze Achtung da ist noch mal ein paar ach ne äh ja das schießt natürlich überhaupt nicht das ist natürlich überhaupt nicht Aufmerksamkeit erregen los aussteigen komm hopp da hinten sind wir ja links hier auf dem Felsen ja Sniper 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 hast du schon alles klar ich weiß du wolltest ihn wahrscheinlich gerne messen ne ja ich war gerade auf dem Weg ich hatte sowieso keine Uni mehr naja dachte ich mir messer ihn aber das hat sich erledigt so einfach mal Granate rein so und wir nehmen einen ja scheiße scheiße vielleicht von irgendwo geschossen ja das war jetzt echt hart das sind wahrscheinlich die Jets oder so das sind einzelne Schüsse das sind einzelne Schüsse los komm hier rein in den Jeep bist du drin? ach ne wenn du für aah geile ey hast du nicht nachgedacht dass die Atomien sind? nö wohl noch angezeigt ne hab ich nicht gesehen ich bin eingestiegen ich bin eingestiegen oh Min steig wieder aus oh super ich kann bei keinem das ist toll wo war die gerade gesporen bei ich bin bei eh gesporen also ich bin bei eh gesporen ich bin bei eh gesporen ich bin bei eh gesporen ich bin bei eh da ist nämlich jetzt wieder einer ja sind zwei sogar zwei ja zwei ja zwei der andere ist im Haus direkt in der Arbeit ach so das bin ich nicht kipp war der Trick doch 13 nein ach scheiße man ich musste gerade nachladen ich wusste nicht dass er dort ich dachte der steht in Wo steht der? Ich sehe ihn nicht. Er ist tot, glaube ich. Nee, ist er nicht. Da kommen schon wieder welche. WTF-Ater? Was sind denn das für welche? Die schießen... Ja, scheiße. AK über hunderte von Metern. Genau. Na komm! Messern! Jawoll! Ah mein Gott, wie oft muss ich einen F drücken, bis er das macht? War das noch einer am Wasser? Hm, ich sehe ihn auch. Der springt wahrscheinlich gleich über den Felsen oder so. Nein, ich habe ihn nicht. Mein Gott, also wie viel ist es denn? Fehlt er denn da noch? Oh, 94, Alter. WTF? Wo ist der? Viper, Viper, Viper ist irgendwie da uns. Das ist... Ja, Helfer. Ich bin tot. Du bist tot? Ja, klar. Ah nein, ich bin gerade hier selbst beschäftigt. Ja, ich bin tot. Ja, ich sehe schon. D wird jetzt Dauer angegriffen. Wir sollten mal schnell irgendwie zu D rüber oder so. Irgendwas machen. Die Havok ist weg. Ja, ja. Zu D kommen wir auch nicht. Da kommen jede Menge Leute jetzt auf uns zu. Wir sollten hier schnellstens verschwinden. Und zwar richtig schnell. Warum? Rein in den Krieg. Komm rein hier. Komm, 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 komm. Ja, pass auf die Minen auf. Da sind schwer Minen. Alles voll, ist voll, ist voll. Also da wo ich bin, sind keine Minen. Wo sind Minen? So, gar keine Minen. Ich habe gesagt, du musst aufpassen auf Minen. So, ja klar. Boah, hinter uns, hinter uns ist schon wieder einer. Hier sind die alle. WTF, die sind die alle bei diesem komischen Felsen, ne? Einen hab ich. Einen hab ich. Ja, genau. Ach, guck mal. Ihr könnt ja bei mir spawnen, weil ich bin direkt bei C. Du bist direkt bei C? Das ist gut. Ich spawne ihn mal bei dir. Das Ding lasse ich hier stehen, damit dann auch... Äh, direkt bei C ist auch was anderes. Ja, du musst dich fahren rein. Hallo, Freunde, ich bin hier. Ja, da, 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 da. Den messer ich, den messer ich. Warte, warte, warte. Okay, schieß, schieß. Ab ihn. Mit. Da, einer will, will ihn he. Nee, die will ist noch einer. Ja. Warte, wo ist einer? Da vorne. He, he, he. Oh, scheiße. Ja, hinter mir, genau. Ist klar. Ach, komm, Alter, wie viele stehen denn da bei C? Das gibt's ja gar nicht. André, kannst du mich wiederbeleben? Ne, ne? Nee, wie denn? Ich bin noch mal... Supporter? Ja. No life detectives. Ich muss gerade überlegen, nehme ich jetzt mal A und C ein. Und der A und B ein? Warte. Alter, sag mal, warum geht der nicht kaputt? Wie flat der nur? Ja, 39% ist klar. Ja. Bei D sind gerade recht viele. Ich bin bei A, wenn's irgendwer fragt. Ja, E-Bridge mit eingenommen. Da ist bei allen gerade auf jeden Fall schon wieder einer. Ali, schieß mal rüber zu dir. Mann, Alter. Ist super. Mann, ich muss da nur noch so eins und schäbigen... ...messer, ne, dann hab ich ne... ...das Messer-Rib. Jetzt kommt natürlich keiner. Aaaaah. So, A haben wir. Da seh ich doch schon. Jetzt hat nicht erst draufgegangen. Dann... Oh, dann rass ich. Schieß mal. Oh Gott, raus. Was da? Was da? Was da? Damit was zu rechnen? Oh! Ha! Entschuldigung, das fehlt mir auch noch. Ah. Ah. Achtung! Wir haben das Einsatz viel lokalisiert. Aua! Versuch's super hinzukommen. C. Ich will aber nicht über D laufen, weil bei D ist richtig viel. Oh scheiß, bei C ist auch viel. Ja, bei C ist richtig viel. Ah. Ah. Lass uns mal direkt zu C. Ah, warte. Ich freu' dir. Hatt auf, da sind wir laufen. Außen, gerade welche lang? Wo seid ihr? Bei D... Warum kann man eigentlich einen der Mörsert nicht messen? Das ist doch die dämlichste Sachen, die es gibt, ey. War die neben dir, ist da einer irgendwie, ne? Ich weiß. Ich seh' den gerade nicht. Ich seh'n auch gerade nicht. Ja doch, ich seh'n schon, aber er ist schon hinter dem Felsen. Na, jetzt hat er mich. Ah, komm. Mann, ey. Ständig sieht mich hier irgendwie, ey. Ein feindlicher G-Pole in eurem Einsatzgebiet gesicht. Jetzt ist dieser scheiß Mörser-Typ da schon mit, das gibt's doch nicht. Ich bin bei dir, André. Find ich cool. Linke Seite find ich. Boah, scheiße. Ah, drei Prozent. Ah, Mann, was ist denn los mit der Waffe, ey? André, warte, 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 warte. Nein, ich muss nachladen. Scheiße. Hinter dir. Boah, bist du da? Ja, ich hab ihn. Ja, das Ding? Kannst du mich reinimieren? Ich, ich, ich warte hier, weil... Kannst du mich reinimieren? Kannst du mich reinimieren? Kannst du mich reinimieren? Ah, Mist. Okay. Warte, warte, warte. Ich könnte, aber ich mach's jetzt nicht, weil... Oh, der Heli, der Heli! Heli, der Heli, der steht da noch auf uns. Achtung, das Einzige. Nein! Wieso? Nein! Na toll. Was ist denn das? Boah. Na. Na, scheiße, ich bin tot. Ja, super. Toll. Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Einer mit seiner schwulen P90, ey. Mann. Ich mach jetzt erst mal... Da pack ich jetzt einen Frontgriff dran. Hoffentlich nicht bring das jetzt auch. Oh, ich hab grad überlegt zu join. Gibt's hier keinen... Oh, hier gibt's auch niemanden Jeep, ey. Oh, der Kacke. Wir haben ja eh gleich gewonnen. Toll, da fühlt einen so'n scheiß Messer kriegen, ey. Das ist... Ach. So'n Kotzen. Dann fliegt doch einfach zu zäh und messerschnell rein. Ich glaub ich muss nicht mal zu zäh fliegen. Du kannst auch zu... D fliegen. Musst du bei D günstig lernen können. Aber hier, pass auf. Wenn wir jetzt da sind, dann ist die Runde wahrscheinlich zu Ende. Wahrscheinlich. Sagen wir, wenn wir zum Laufen brauchen schon. Ah, ja. Ja. Ich hab ihn. Nein. Das war zwar mehr Glück als alles andere, aber... Oh Gott. Was ist denn jetzt los? Ja, genau. Von wo schieß ich mich denn jetzt ab? Herr Wok. Ich bin bei C. Ich bin bei C. Ich auch. Ich auch. Geil. Wer war das? Das war die. Coole Sache. Was? Oh Gott. Ich krieg dich nicht. Nein, ich bin warm! Ich krieg doch. Hast du ihn? Ja, ich hab ihn nicht. Ah, yes. Gute Armeidung. Danke, dein Mini. Ja, das sind noch zwei, die kommen grad rein. Ja, ich muss grad nachladen. Ja, tot. Nein, ich weiß nicht, wo du bist. Ja, irgendwo in diesem Scheißgebäude da. Ja, das war ich. Ach, okay. Ich hatte dich jemand anderes schon wieder verlebt. Jawoll! Woosie! Wuuu! Gott sei Dank. Puh! Ich lief gar nicht so schlecht, die Runde. Nee. Mann, du wirst besser. André und ich haben einige Leute schön gemessert. Du hast glaube ich vier Leute oder fünf Leute gemessert, André. Ja. Ich hab zwei gemessert. Alter. Ich glaub ich hab einmal, als ich zum Strand geflogen bin und ich zwei Leute messern wollte, bin ich ausgestiegen und bin dann wohl mit dem Heli über die beiden drüber geflogen. Ey, Scheiße. Nimm ich jetzt noch eine Runde noch auf? Weiß ich nicht. Wir verteidigen jetzt, ne? Guck, ach, guck dir das an. Ah, erster. Na gut, eine Runde noch. Oder wollt ihr nicht mehr? Mir ist das egal. Wir können auch auf einer anderen Map oder so, mir ist das egal. Wir können auch eine Runde Klaus-Kurtes noch spielen. Du hast ja keine Klaus-Kurtes-Aufnahme mehr. Ah, das stimmt allerdings. Okay, wir sind gleich wieder bei einer Klaus-Quarter-Runde. Oder? Oder? Vielen Dank.